Für den zweiten Teil bitte Kopfhörer oder Headset aufsetzen, denn jetzt wird es interessant. Hier seht ihr zum Beispiel alle Oberordner für die ganzen Stimmen, die ich bearbeitet hatte. So gibt es auch Untervoices, Unterordner. Das ist deswegen so gewesen, da hat der liebe Alain Dufon mir Unterordner gemacht, weil ich gesagt habe, dass unterschiedliche Sprecher mit unterschiedlicher Software oder unterschiedlichen Qualitäten aufgenommen hat. Das kann am Mikrofon liegen, das kann an der Frequenz liegen, wie aufgenommen worden ist. Und deswegen habe ich vorher immer reingehört, also stichpunktartig reingehört. Das machen wir jetzt mal, also so war mein Workflow auch immer. Also gehen wir mal hier hin. Ich hörte, du warst beim Meister und hast die Sache wieder in Ordnung gebracht. Hallo! 20 Goldstücke, 150 Goldstücke für den König. Das gibt's doch gar nicht! Ich habe natürlich jetzt hier gröbere Stichproben gemacht. Zu Anfang waren die sehr eng gestrickt, weil ich wollte eigentlich gar nicht, dass so viel durchsickert hier. Bis mir dann aufgefallen ist oder bis mir dann halt eben der Black Pirate gesagt hat, Moment mal, das sind hier die Sprechernummern. Also hier die drei ist natürlich wieder ein anderer Sprecher. 750 Goldstücke. So, dann gehen wir zum Beispiel auf einen anderen Sprecher. Raus aus meinem Bett! Geh von der Kaimauer aus die Hafenstraße hoch, dann kommst du in die Unterstadt. Ein Soldat trägt die Rüstung des Königs. Nichts anderes. Also zieh dich um. Und danach habe ich dann selber für mich noch Unterordner gemacht, weil dann nämlich auch die Einstellungen anders aussehen oder ausfallen müssen, um halt eben die Audio-Datei zu verbessern. Kommen wir jetzt mal dazu. Also ich könnte jetzt hier nochmal euch ein paar Stichproben machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du meine Güte! Das eine klingt dumpfer, das andere klingt heller und bei dem anderen ist ein sehr großer Plopp drin und deswegen habe ich die Dateien auch getrennt nach Gruppen. Wie zum Beispiel hier ganz krass eine Stimme, da wo eigentlich nicht viel zu machen ist. Kluges Kerlchen! Kommen wir jetzt endlich zum Sprachenhancement, zur Audio-Verbesserung. Da muss ich erstmal auf ein anderes Betriebssystem umswitchen und zwar auf XP. Ja, warum ist das so? Weil mein WaveLab nicht auf ein neueres System läuft, also auf Win 7, so wie ich das derzeit habe. Und dann habe ich mir eine VirtualBox gebastelt, also kann man auch kostenlos runterladen und dann hier dieses System draufgespielt. Ich habe schon mal einige Beispiel-Takes hier vorbereitet, um euch zu zeigen oder aufhören zu lassen, was machbar ist und was nicht so machbar ist. Fangen wir erstmal mit einer Stimme an. Ich spiele mal ab. Achtung! Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon jemand anderes fragen. Das hört sich sehr dumpf an. Also quasi 11 Kilohertz mit sehr niedriger Bitrate aufgenommen, so wie es Handys machen. Kommen wir jetzt zur zweiten Stimme. Achtung! Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Bitte zu verzeihen, dass die Visuelle, also hier die Synchronität hier zum Cursor, Audio-Cursor, nicht der Stimme entspricht. Das ist der VirtualBox zu schulden, dass sie so ein bisschen verzögert. Das ist aber nicht schlimm. Diese Stimme war sehr, sehr hell und klirrend und hat kaum Bässe gehabt. Also kaum Bässe in der Stimme. Jetzt das dritte Beispiel. Oh, da, das sieht man ja schon visuell. Das ist ein klassischer Fall von Übersteuerung, wie wir hier sehen. Sehr glatte, abgeschnittene Spitzen. Das kann man schlecht verbessern. Ich sage dazu immer, entweder ein schwarz gebackenes Brot oder neu backen. Achtung! Es könnte lauter werden. Mach dein Testament! Also fürs geübte Ohr ist das wirklich sehr knarrig. Das hört man auch. Gut, nächstes Beispiel. Ja, was haben wir denn hier? Achtung! Um deinen Umgang mit der Waffe zu verfeinern, solltest du dir einen richtigen Lehrer suchen. Ja, das ist der typische, klassische Fall vom Ploppen. Entweder ist ein Ploppschutz vor und viel zu nah am Mikrofon oder der Ploppschutz ist nicht so toll. Nächstes Beispiel. Sagtest du nicht, du bist in der Stadt auch gewachsen? Mehr als über die Paladine und die Eroberung der Orks kann ich dir auch nicht einbericht. Das ist ein klassischer Fall von Raumhall, der leider auch nicht wegzufiltern ist. Kommen wir zum nächsten Beispiel. So, Achtung! Tatsächlich! Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Das war ein deftiges Brummen im Hintergrund. Jetzt kommen wir zu dem, was WaveLab kann, aber leider nicht Audacity. Und zwar die Live-Bearbeitung. Ich mache mein Template auf. Das ist hier unter Presets zu sehen. Und hier gehen meine erforderlichen Filter dazu auf. Diese Version oder dieses Programm bringt hervorragende Filter mit. Das sind auch VST-Filter. Es steht zum Beispiel hier VST Dynamics, die leider nur mit diesem Programm, also mit WaveLab, funktionieren. Ich werde mal ganz kurz darauf eingehen. Und zwar hier auf der rechten Seite, seht ihr, das sind die Filter, die aktiviert sind. Also ON, 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 stehen aber auf Bypass. Das heißt also, die sind jetzt ausgeschaltet. Da haben wir den Denoiser, den D-Clicker, Multibandkompressor und die VST Dynamics. Was ich individuell immer einstellen muss, ist der Multibandkompressor. Also wegen der dumpfen Takes oder die hellhörigen Takes, was eigentlich immer gleich bleibt, was ich einmal eingestellt habe und gut passt. Das ist der Denoiser und der D-Clicker. Was machen die eigentlich? Der D-Clicker, der kann nicht nur Kratzen von aufgenommenen Vinyl-Schallplatten entfernen. Dafür ist eigentlich dieser Effekt gedacht, sondern kann auch, wie es hier draufsteht, hier D-Plopp, kann auch Ploppen entfernen. Also Rumpeln. Bei Vinylplatten gibt es auch so ein Rumpeln und das kann er entfernen. Ich lasse jetzt mal diese Stimme mal im Loop laufen, um mal zu zeigen oder hören zu lassen, welche Funktion er hat. Da steht noch alles auf Bypass. Das lasse ich auch erstmal so, damit ihr erstmal das Original hört. Achtung! Um deinen Umgang mit der Waffe zu verfeinern, solltest du dir einen richtigen Lehrer suchen. Ja, ich hoffe, ihr konntet den Unterschied hören. Ein leichtes Ploppen war noch da, aber es lässt sich auch hier nicht ganz wegnehmen. Das könnte ich machen, dann würde aber ein bisschen die Stimme an Bass verlieren. Um zu verdeutlichen, wie viel vom Plop-Signal weggenommen wird, habe ich hier beim D-Clicker eine Auditionsbuchse, äh Buchse sage ich schon, eine Audition, wo ich hören kann, wie stark es ploppt. Also Achtung! Ich glaube, das konnte man hören, dieses Rumpeln. Wenn ihr ein gutes Headset oder gute Kopfhörer habt, dann könnt ihr dieses Rumpeln hören. Und das ist die Stärke, die weggefiltert worden ist. Und das Knacksen waren auch hier übrigens die Übersteuerungspegel, die hier etwas weggefiltert worden sind. Kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel und gehen auf den Multibandkompressor ein. Hören wir uns erstmal das Original an. Im Loop. Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon niemand anderes fragen. Und jetzt schalte ich einmal alles ein und spiele ein bisschen am Multibandkompressor rum. Im Loop. Achtung! Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon niemand anderes fragen. So, wie ihr hören könnt, habe ich hier ein paar Höhen mit dazu genommen. Und den dumpfen Hintergrund rausgenommen. Ich mache das immer mit fünf Bändern, weil das ist bequem. Das sind die Mitten, das sind die Höhen. Hier unten die Kilohertz Anzeige. Und hier wie viel ich zugeben kann oder wie viel ich dann absenke. Nochmal als Vergleich. Auch wieder im Loop. Ich werde den Bypass hier nochmal aktivieren. Als Original. Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon niemand anderes fragen. Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon niemand anderes fragen. Nun, das weiß ich jetzt auch nicht. Da musst du schon niemand anderes fragen. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Das ist auch wieder ein Fall von Multibandkompressor. Ein bisschen denoising. Achtung, jetzt kommt die Verbesserung. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Und jetzt mal zum Vergleich wieder das Original. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Das Elixier der Stärke. Es ist einiges zu machen, aber wie schon gesagt, so perfekt, super studiomäßig geht es dann doch nicht, weil die aufgenommenen Takes das ganze Frequenzspektrum nicht mitbringen. Nächstes Beispiel schauen wir mal. Ja, das ist unser Herr Übersteuert. Da gehen wir mal folgendes ran und erklären mal nochmal in die Klicker. Und hören uns mal das im Original an. Ohne Loop natürlich. Und dann gehe ich auf Audition und dann werdet ihr hören, wie das rumschnarzt, aber natürlich mit aktiver Effektsektion. Na, also es rumpelt und knarzt. Und auch hier ist ja nicht viel zu machen. Nur halt eben noch ein bisschen mit dem Multibandkompressor, also wie Frequenzen anpassen. Nächstes Beispiel. Ne, wir nehmen dich hier. Ihr habt das Original gehört. Ich lasse es nochmal laufen. Da müssen wir unseren dynamischen Heinz hier anschalten. Und zwar, dass es unser Kompressor, Limiter, Auto geht und Soft Clip. Ich will das jetzt nicht großartig erklären, was das macht. Nur ich kann sozusagen das Brummen wegfiltern. Schauen wir mal. Ich werde wieder im Loop-Modus gehen. Achtung. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Tatsächlich. Jetzt das Original. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Bearbeitet. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Gut. Ich habe jetzt hier mal ganz grob voreingestellt. Ich weiß, dass es ungefähr so 35 dB sind, die dann schließen müssen. Das ist zum Beispiel dieser Teil, weil der leiser ist als der Rest, wird unterdrückt und die Unterdrückungsstärke kann ich hier mit diesem Regler einstellen. Und wie laut es werden soll, wie hier zum Beispiel, das steht bei mir hier auf Auto Level. Das ist okay. Kommen wir nun zur individuellen Bearbeitung der einzelnen Stimmen. Da die Takes in einzelnen Ordnern schon getrennt worden sind, arbeiten wir mal den Bauer Johann ab. Und zwar gehe ich folgendermaßen vor. Ich suche mir die größte Datei aus. Also hier 331, die schiebe ich hier rüber, vergrößere ich natürlich und dann sehe ich natürlich mit meinem geübten Auge, da muss ich nochmal normalisieren. Ausführen, normalisieren, zack, das mache ich immer auf Null. Und sonst greift der dynamische Kompressor hier nicht, den ich auch wieder auf meinen Standardwert zurücksetzen müsste oder muss. Das waren immer minus 40 dB. Der Bauer Johann besticht durch seine Rauschhaftigkeit. Ich lasse ihn nochmal im Bypass-Modus im Original laufen. Achtung. Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. So, jetzt haben wir gehört, wie das gerauscht hat. Und jetzt kommt der Denoiser zum Einsatz, den ich schon relativ gut eingestellt habe für alle Takes. Ich werde es jetzt mal mit allen Effekten mal hier, ach ja, den werden wir mal hier auf Normal stellen, den Equalizer, auf Normal. Also wie schon gesagt, ich mache den Workflow immer so. Ich habe den immer so gemacht. Achtung, jetzt mit Denoiser. Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. Die kleinen Aussetzer. Wie schon gesagt, Virtual Box ist das geschuldet, wegen der Synchronität und den kleinen Aussetzern. Wie schon gesagt, tut der Bearbeitung keinen Abbruch. Ja, jetzt gefällt mir aber der Klang von dem Herrn Johann noch nicht so ganz. Also werde ich im Loop-Modus gehen und nochmal ein bisschen den Klang verbessern und ihr könnt nochmal zuhören und zusehen, wie ich das mache. Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. So, jetzt mache ich mal den Multibandkompressor mal aus und lasse das Ganze nochmal laufen, aber nur einmal durch. Also Multibandkompressor aus und währenddessen werde ich mal einschalten, damit man auch die Frequenzänderung hören kann. Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. Auch hier gab es natürlich Aussetzer. Das sind natürlich Rechenkapazitäten, die im Hintergrund laufen. Und deswegen hat es im Umschalten von Bypass und Effekt einen leichten Aussetzer gegeben. Macht dem Endergebnis überhaupt keinen Abbruch. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Ja, und dann kann ich Presets speichern. Also kann ich diese Einstellung speichern. Und dann gehe ich hier, wie ihr seht, habe ich jede Menge Presets gespeichert für das ganze Projekt, Odisee-Projekt. Und ich habe sozusagen immer ein temporäres Preset und das nehme ich dann immer und lade es dann halt eben in der Stapelbearbeitung ein. So, jetzt kommen wir zur Stapelbearbeitung. Das finden wir unter Werkzeuge Stapelbearbeitung. Und dann haben wir hier ein paar Reiter. Eingang, Ausgang. Und den Ausgang müssen wir vorher erstmal setzen. Und der sitzt noch auf einem völlig anderen Ordner. Und ich weiß, das war Voices. Das war Bauhaar Johann. Und da ist der aufgeräumte Ordner von Odessity. Von den konvertierten Files. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Aha, richtig. Mach einen neuen Ordner. Und schreibe dann Enhanced hin. Ist das richtig? Es ist richtig. Und weise dann den Ausgang auf Bauer Johann Enhanced hin. Dann steht das hier. Eingang. Bauer Johann. Zack, 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 zack. Aufgeräumt. Alles markieren. Und auch hier ist drauf zu achten, wie viele Dateien das sein dürften. Maximum. Ich habe auch hier rausgefunden, maximal 1000 Dateien. Das muss irgendwas mit der 34-Bit-Zählweise zu tun haben. Schiebe es hier rüber. Dann haben wir das hier in der Stapelbearbeitung. So, und jetzt geht es darum. Hier habe ich wieder Templates für das Projekt kreiert. Odessy und Odessy Smalltalk. Da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Und dann seht ihr, auch hier gibt es die Effekte, die hier schon sind. Aber doch noch zwei zusätzliche Arbeitspunkte. Zum Beispiel das Normalisieren. Das muss sein. Das heißt also, auf die Wellenform, auf die optimale Lautstärke bringen. Dann kommt der Denoiser, dann kommt der D-Clicker, dann kommt der Multibandkompressor und dann Dynamics. Und dann nochmal normalisieren. Denn es kann passieren, dass einige Effekte den Sound oder das Take, die Aufnahme, ein bisschen leiser machen, runter reduzieren. Und deswegen auf der sicheren Seite nochmal zum Schluss normalisieren. Das hat den Vorteil, dass alle Sounds, alle Takes eine gleiche Lautstärke haben. Und da wir ja vorher unser Multibandkompressor als temporäres Präsent abgespeichert haben, gehe ich hier hin und sage Effekt laden. Und nehme den Effekt. Und wie ihr seht, es ist der gleiche, den wir hier voreingestellt haben. Dann gehen wir hier auf OK. Den VSD Dynamics setzen wir auf ON. Und das sind auch die gleichen Werte, die wir hier haben. Zack, okidoki, okidoki. Und Stapelbearbeitung, go. Alle Smalltalk Takes, ich nehme jetzt hier aus dem Ordner Enhanced, weil die sind schon fertig. Wollte ich auch nochmal kurz zeigen, wie ich das mache. Und zwar folgendes. Da habe ich natürlich, wir gehen nochmal hier oben hin. Da habe ich natürlich die Lautstärke zum Schluss runtergesetzt. Also wenn ihr das hier seht, dann haben wir hier Odyssey Smalltalk. Und hier haben wir nochmal, ach übrigens ist das nicht richtig. Den habe ich selten eingesetzt, weil im Grunde genommen nur dieser Punkt, der Normalizer, auf minus 20 dB eingestellt ist. Also könnte man genauso gut den nur einnehmen und dann hier den Normalizer nochmal hier auf minus 20 dB setzen. Und dann wird es halt eben ruhiger, 18 oder 15, je nachdem wie laut der Smalltalk sein soll. Je nachdem, wie viele Effekte man benutzt, umso schneller oder langsamer wird die Stapelbearbeitung abgearbeitet. Wie ihr seht, das geht eigentlich relativ fix. Und dann können wir parallel auch nochmal gucken. Unseren Aufgeräumt-Ordner, da müssen wir einmal an Höher gehen und auf den Enhanced gehen. Und da sind schon die Dateien. Hier unten stehen dann die Dateien, 82 Stück. Wer die Zeit gezählt hat, kann natürlich sich hochrechnen, wie lange er bräuchte, um halt eben 1000 Dateien abzuarbeiten. Jetzt sehen wir, haben wir hier noch so ein paar GPK-Dateien. Das ist das Eigenformat von WaveLab und die lösche ich dann raus. Weil die braucht halt eben das Team nicht. Die brauchen nur die fertig bearbeiteten Takes. So, und das mache ich halt. Oh, da haben wir noch was. Ah, da hat sich noch was eingeschlichen. So, also. Zack. Haben wir nicht alle erwischt. Löschen, fertig. So, jetzt dürfen wir alle erwischt haben. Zack, zack. Ja. Die sind jetzt abschickbereit. Die sind jetzt fertig. Und das mache ich halt eben für jede Stimme einzeln, bis dann die 45.651 Dateien fertig waren. Ich kann auch nochmal den Status aller Dateien zurücksetzen. Das heißt also, butsch, jetzt sind sie alle wieder freigegeben. Jetzt könnte ich nochmal Stapel bearbeiten, falls mir irgendwas nicht passt und hier irgendwas ändern müsste. Und ich kann nochmal dann halt eben das Ganze nochmal neu einspeichern, beziehungsweise einspeichern von den Presets hier auf Einladen von den Presets, die hier dann sind. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Also ich habe lachen müssen. Jeder hat so seine Stimmfarbe, seine Klangfarbe und seine Art, wie er es vorträgt. Es waren sehr perfekte Audiodateien dabei. Da brauchte man gar nicht viel machen. Es waren auch schon einige Leute sehr professionell unterwegs. Falls noch Fragen sind, schreibt mich an, abonniert mich und gebt mir einen Daumen. Bis zum nächsten Mal.